Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren Video von mir. Und heute geht es nicht um einen Bild, sondern heute werde ich euch einen kleinen Guide darüber machen, wie ihr effektiv farmt, damit ihr in Zukunft besseres Equipment habt. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Bild, kein Infovideo und kein Guide rund um The Division 2 verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr auch wirklich dann informiert werdet, wenn ein neues Video von mir online kommt. Fangen wir mal damit an, warum ich diesen Guide überhaupt gemacht habe. Und es ist so, dass ich in der Vergangenheit, aber besonders in letzter Zeit sehr oft gefragt wurde, wie ich denn an mein Equipment rankomme, wie ich denn eben zum Beispiel Named-Waffens bekomme, wie ich dann eben Ausstattungsgarnituren oder andere Sachen bekomme. Und offensichtlich ist es so, dass zum einen die Leute gar nicht wirklich wissen, wie man effektiv grindet und zum anderen scheint es auch so zu sein, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man zielgerichteten Loot farmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und ein wirklicher Basic-Tipp, den ich euch geben kann, ist, ihr müsst farmen, danach müsst ihr farmen, danach müsst ihr weiter farmen und wenn ihr Glück habt, dann habt ihr eben schon besseres Equipment bekommen. Und wenn ihr kein Glück gehabt habt, wie viele, viele, viele von euch und ich auch, dann müsst ihr eben weitergrinden. Das ist einfach so, The Division ist ein unglaublich grindlastiges Spiel und da gibt es aber eben verschiedene Möglichkeiten, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sodass ihr da eben in Zukunft nicht nur ein und die gleiche Sache stundenlang machen müsst. Die zweite Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, sind hier meine geboosteten Agenten. Ich habe die Agenten, wie ihr seht, hier hochgestuft, sondern die sind nicht hochgespielt, sondern ich habe die alle geboostet, sodass die Level 30 sind und somit einen vernünftig großen Rucksack haben. Denn ich benutze diese drei Charaktere als Lager-Jars. Bei ihr zum Beispiel, da ist es so, dass ich meine Exotics gelagert habe. Bei ihm ist es so, dass ich meine ganz normalen gelben Sachen eben oder Name-Sachen eben gelagert habe. Und natürlich misste ich ihn von Zeit zu Zeit aus. Das heißt also, ich gehe dann her, setze mich zwei Stunden hin und gucke einfach, wo habe ich besseres Equipment wie das, was ich momentan bei ihm gelagert habe, was habe ich doppelt. Und das Schlechtere werfe ich dann eben weg. Und damit steigere ich kontinuierlich die Qualität meines Loots, auch wenn ich die Teile nicht brauche. Das heißt, ich hebe wirklich alles auf, ob ich diesen Loot jetzt brauche, ob ich weiß, was ich damit anfangen kann oder eben nicht. Das heißt, in diesem Charakter, da wird alles gelagert, was ich in irgendeiner Form gebrauchen kann. Und bei ihr ist es so, hier habe ich meine ganzen Ausstattungsgarnituren, also die ganzen grünen Sachen. Das Gleiche betrifft natürlich meinen Hauptcharakter. Bei ihm nutze ich hauptsächlich die große Box, die man eben in den verschiedenen Safe-Häusern hat oder an verschiedenen anderen Plätzen. Da wird eben alles eingelagert, von dem ich glaube, dass es irgendwie zu gebrauchen sein könnte. Und ist es noch so abwegig, da landet alles rein. Und dann greife ich mit den drei Charakteren, die ihr eben gesehen habt, drauf zurück. Und dann fängt der ganze Zyklus von vorne an. Also ausmisten, gucken, was ist besser und so weiter. Und natürlich grinden, grinden, grinden. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wie grindet man denn am besten? Wie ihr sehen könnt, ich stehe hier an der Fertigungsstation. Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, ey, was hat denn die Fertigungsstation mit Grind zu tun? Die Fertigungsstation hat sehr viel mit Grind zu tun, denn ihr werdet auch an der Fertigungsstation unglaublich viel Equipment herstellen müssen, um mal einen Teil dabei zu haben, was brauchbar ist. Und klar bekommt man an der Fertigungsstation zu 99,9% nur Bockmist. Aber das unterscheidet sich im Grunde nicht von dem, was ihr draußen in der Open World bekommt oder was ihr in Missionen bekommt. Da bekommt ihr eben auch zu 99,9% nur Mist. Und deswegen finde ich die Craftingstation wirklich vernünftig. Und ich mache das selbst so. Ich gehe von Zeit zu Zeit her an die Craftingstation. Wenn ich keine Lust habe, Missionen zu laufen oder wenn ich keine Lust habe, Außenposten zu machen oder sonst irgendwas, dann gehe ich eben her und crafte hier an der Station zum Beispiel Waffen und dergleichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an das ganze Craftingmaterial? Und an dieses ganze Craftingmaterial, da gibt es verschiedene Wege, da werden wir uns jetzt drüber unterhalten. Ich habe hier euch mal meine Ressourcen aufgerufen und ihr seht, so ein paar Sachen sind nicht voll. Und die erste Sache, die ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr eben Equipment in der Open World findet, das heißt also Mobs lassen, irgendwas fallen, schaut euch das Zeug an. Wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, dann könnt ihr direkt Y drücken und diese Sachen zerlegen. Das heißt also, ihr müsst sie nicht erst in euren Rucksack mitnehmen, sondern ihr könnt mit Y die Sachen an Ort und Stelle zerlegen und damit natürlich eure Ressourcen auffüllen. Was könnt ihr noch tun? Ihr könnt auf jeden Fall auf die Map gehen, ich rufe die mal kurz auf und könnt mit eurem Agenten zu Außenposten reisen, die gelb sind. Das heißt also, hier zu so einem Außenposten, auf den komme ich gleich noch zu sprechen oder überhaupt hier auf die zwei, da komme ich gleich noch zu sprechen. Ihr könnt es mit all euren Agenten tun. Das heißt also, mit jedem Agenten, den ihr habt, den ihr euch mittlerweile erstellt habt, hoffe ich doch, könnt ihr das tun. Das heißt, ihr müsst vorher hier zu der Händlerin gehen mit jedem dieser Agenten und müsst mit ihr sprechen und dort eben die Möglichkeit kaufen, dass eure Crafting-Materialien geteilt werden. Das heißt dann, wenn ihr umlockt auf einen anderen Charakter, was ich jetzt an der Stelle mal getan habe, dann könnt ihr eben hergehen, könnt hier zu solchen Außenposten reisen. Das heißt also, hier bei dem Nachschubraum, da gibt es auch immer Crafting-Material und dann könnt ihr hier, seht ihr, ganz easy peasy hier Crafting-Material sammeln und das ist relativ effektiv, wenn ihr das mit allen Agenten macht und es gibt noch ein richtig gutes Gebiet und zwar dieses Gebiet hier vorne, da werde ich jetzt mal hinreisen mit euch und werde euch mal dieses Gebiet zeigen. Hier habe ich auch wieder wunderbar Crafting-Material und auch hier im Nachschubraum, auch da habe ich wieder Crafting-Material, was ich wunderbar mitnehmen kann, ganz einfach. Und in diesem Gebiet, da gibt es eben auch jede Menge an Crafting-Material, was ihr mitnehmen könnt und das liegt hier überall rum. Das heißt also, hier seht ihr schon, geht es los, da habt ihr was liegen, dann habt ihr hier ums Eck noch jede Menge Zeug liegen, da habt ihr was liegen, da habt ihr auch was liegen, da habt ihr was liegen und so weiter. Das heißt also, hier könnt ihr in dem Gebiet, ich zeige es euch nochmal, wirklich wunderbar fahren, besonders hier um diesen Safe-Punkt rum oder um diesen Kontrollpunkt rum, da habt ihr wirklich sehr viel, was ihr an Crafting-Material farmen könnt und somit könnt ihr dann wieder ganz einfach euer Loot herstellen. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal, nachdem wir über Craften und Ressourcen und so weiter gesprochen haben, jetzt sprechen wir mal darüber, wie könnt ihr denn effektiv Sachen ergrinden, indem ihr in der offenen Welt oder eben Missionen spielt. Ich bin wieder zurück auf meinem Hauptcharakter und wir haben davon gesprochen, dass ihr einfach Durchhaltevermögen braucht in The Division, das heißt also Grinden, Grinden, Grinden. Wir haben davon gesprochen, dass ihr wirklich die Crafting-Station benutzen solltet. Ich habe euch gezeigt, wie ihr auch an die Crafting-Materialien einigermaßen vernünftig rankommt und jetzt sprechen wir noch über eine Möglichkeit, was ihr tun müsst, um in der Open World erfolgreich zu Grinden. Und ich rufe mal hier, wie ihr seht, die Map auf und ganz wichtig, und das ist wirklich das Wichtigste, was ihr eben tun solltet, wenn ihr in der Open World euer Zeug ergrinden wollt, ihr solltet euch hier unten stets zielgerichtete Beute anzeigen lassen. Auf dem PC drückt man hier R und hier sehen wir dann eben entsprechend, wo welche Sachen droppen können. Also hier zum Beispiel Murakami und so weiter oder hier Walter Harris & Co. und jetzt nehmen wir mal Walter Harris & Co. und ich rufe euch mal hier die Normalansicht auf. Und ihr seht, wir haben hier Außenposten und zwar in dem Fall sind es vier Stück. Wir haben noch andere Aktivitäten, hier zum Beispiel irgendeinen Angriff auf den Kontrollpunkt, wir haben hier eine Hinrichtung und so weiter. Und ich empfehle euch aber vor allem, diese Außenposten zu machen. Das heißt also, ihr könnt diese Außenposten befreien und man bekommt hier wirklich viel Loot. Gut, ich habe euch mal eine kleine Aufnahme gemacht, da habe ich eben einen dieser Kontrollpunkte befreit und hier liegt etliches Zeug. Und was tut ihr, wenn ihr aber alle Außenposten befreit habt? Das zeige ich euch auch mal hier, denn ihr könnt, wenn ihr jetzt Y drückt, dann könnt ihr hier die Kontrollpunkte, hier unten steht, zurücksetzen. Und das heißt also, ich drücke dann hier Y, bestätigen und dann kann ich eben, wenn die Zeit hier abgelaufen ist, hier unten läuft es jetzt fünf Sekunden, dann könnt ihr eben die Kontrollpunkte zurücksetzen und könnt diese Kontrollpunkte wieder von vorne machen. Das heißt also, hier könnt ihr in der Open World eben sehr effektiv euren Loot farmen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar ist es so, dass es ja, wenn wir das zielgerichtete Loot uns anzeigen lassen, gibt es natürlich verschiedenste Missionen, die man auch spielen kann. Und ich empfehle euch vor allem Missionen zu machen, wo ihr viele Bosse habt. Das heißt also, besonders prädestiniert ist hier wirklich der Einsatz Memorial, also Linken Memorial. Und man hat hier am Ende insgesamt drei Bosse. Zum anderen ist diese Mission wirklich sehr, sehr schnell zu spielen. Und man bekommt dann eben durch diese drei Bosse am Ende entsprechend auch von jedem Boss viel Loot. Das heißt also, es lohnt sich, solche Missionen zu spielen. Oder eben andere Missionen, wo ihr wirklich sehr, sehr schnell durchkommt. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die vielleicht dem einen oder anderen auch schon einleuchtet. Und zwar spielt nicht alleine. Das heißt also, spielt nicht alleine einfach nur so drauf los. Wenn ihr keine Teammates habt, mit denen ihr zusammen spielt, dann spielt wenigstens mit Randoms. Warum ist es wichtig, mit Randoms zu spielen? Ganz einfach deshalb, weil diese Randoms dafür sorgen, dass egal was ihr tut, ob ihr Außenposten spielt, ob ihr Missionen spielt, dass mehr Gegner spawnen. Und mehr Gegner bedeutet potenziell mehr Loot. Am allerbesten ist natürlich, wenn ihr mit Teammates zusammen spielt, da ist es natürlich so, dass ihr untereinander den Loot tauschen könnt. Das ist sowieso für jede Aktivität, die ihr in irgendeiner Form macht, das Allerbeste in der Open World. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so einleuchtet. Und das betrifft hier den Schwierigkeitsgrad. Und der globale Schwierigkeitsgrad, auf dem ich immer spiele, ist heroisch. Und ihr solltet, wenn ihr es irgendwie schafft, auch immer auf dem Schwierigkeitsgrad spielen, am besten heroisch, den ihr gerade noch so schafft. Das heißt also, wenn ihr jetzt nicht auf heroisch klarkommt, spielt auf jeden Fall herausfordernd. Denn auf heroisch ist es so, dass die Qualität des Loots wesentlich besser ist, zum Beispiel zu normal oder zu schwer oder eben zu herausfordernd. Und achtet darauf, dass ihr Builds spielt, denn wir sprechen hier ja von Effektivität. Wir wollen ja entsprechend gut vorankommen. Schaut, dass ihr Builds spielt, mit denen ihr schnell durch die Mission kommt. Das heißt also, irgendwelche Gimmel-Builds, die vielleicht Spaß machen, aber wo ihr irgendwie 30 Minuten braucht, um durch Lincoln Memorial zu kommen. Das ist ineffektiv. Spielt Builds, wo ihr möglichst schnell durchkommt. Ich möchte jetzt gerne mit euch über etwas speziellere Sachen sprechen. Und ich rufe dafür nochmal die Map auf. Und zwar geht es jetzt um Named Items und Ausrüstungs- oder Ausstattungsgarnituren. Und fangen wir mal an mit den Named Items. Sagen wir mal, ich hätte gerne auf der Brust die Glaskanone und zwar als Named, das heißt also das Opfer. Und dann würde ich natürlich hier bei Lincoln Memorial, da gibt es im Moment mehr mit der erhöhten Drop-Wahrscheinlichkeit eben Brustpanzer, dann würde ich eben hier Lincoln Memorial laufen. Wenn jetzt ich zum Beispiel ein Gewehr haben wollte, das heißt also zum Beispiel die Harmonie, dann würde ich schauen, okay, Gewehre, die gibt es momentan in dieser Mission, die ist nicht so toll, ich brauche da zu lange und habe da auch nicht genug Gegner oder Bosse, dann würde ich eben warten, bis eben dieses Gewehr vielleicht in der Open World kommt. Das heißt also, dass ich Gewehre in der Open World farmen kann oder eben in Lincoln Memorial oder irgendeine Mission, wo ich eben sehr schnell durchkomme und wo ich vielleicht mehr habe als nur ein Boss, dann würde ich das eben dort entsprechend grinden. Das heißt also, wenn ihr jetzt die Brust haben wollt, dann lauft immer wieder und immer wieder und immer wieder Lincoln Memorial. Das kann mitunter Tage, aber auch Wochen dauern, bis ihr dann eben ein gescheites Teil bekommt. Das ist halt in der Division so, damit muss man sich abfinden. Wie komme ich jetzt an Ausstattungsgarnituren? Das heißt also zum Beispiel ans neue Tank-Set, ans neue Heiler-Set oder Status-Effekt-Set oder, oder, oder. Das heißt also, Ausstattungsgarnituren, da müsst ihr immer nach diesem grünen Item Ausschau halten. Das heißt also, hier jetzt im Moment in der Mission, American History Museum, da würde jetzt eben entsprechend mehr von dieser Ausstattungsgarnituren droppen und entsprechend natürlich auch die Teile, die ihr haben wollt, wie beispielsweise eben von dem Tank-Set. Und wie gesagt, ich würde jetzt hier American History nicht laufen. Ich würde wieder warten, bis es in der Open World kommt oder eben in Lincoln Memorial. Mir ist gerade eben noch was eingefallen, wie ich an Loot rankomme. Das möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, das möchte ich euch auf keinen Fall unterschlagen. Und zwar geht es um Kopfgeldjagden. Es geht um Kopfgeldjagden und zwar vor allem hier diese heroischen Kopfgeldjagden. Denn bei diesen heroischen Kopfgeldjagden, da habt ihr immer am Ende drei Bosse. Und man kann zwischenzeitlich diese heroischen Kopfgeldjagden auch ganz einfach bekommen. Eine Möglichkeit, um an diese heroischen Kopfgeldjagden ranzukommen, ist einmal den Informanten zu finden. Das heißt also, dieser Informant, der eben auf der Open World an verschiedensten Positionen stehen kann, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wirklich gut an diese Kopfgeldjagden ranzukommen, sind die Hinrichtungen. Das heißt, wenn ihr hier diese Hinrichtungen verhindert, dann gibt euch die Geisel, die hingerichtet werden soll, am Ende immer eine Kopfgeldjagd, die abhängig ist. Hier oben auf der rechten Seite seht ihr es von eurem Level, was ihr momentan auf der Map spielt. Das heißt, wenn ihr auf Heroisch spielt, dann bekommt ihr jedes Mal, nachdem ihr so eine Hinrichtung verhindert habt, eine heroische Kopfgeldjagd. Zumindest ist es auf der Washington Map so. Auf der New York Map ist es aus irgendwelchen Gründen nicht immer der Fall. Aber auf der Washington Map ist es im Moment so, dass ihr da immer, wie gesagt, heroische Kopfgeldjagden bekommt. Und das ist auch eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, hier eben an Loot ranzukommen, weil man am Ende eben immer diese drei Bosse hat. Und die lassen dann eben entsprechend vom Schwierigkeitskranken auch vernünftige Sachen fallen. Und vor allem, es geht relativ schnell. Und in der Gruppe habt ihr ja sowieso, wie schon gesagt, mehr Mobs. Besonders in einer Gruppe mit Kumpels könnt ihr diesen Loot dann auch natürlich teilen. Wer dachte, das wäre es gewesen? Nein, ich habe noch einen letzten Tipp für euch, der wirklich gut ist. Und zwar spielt die Events. Ich rufe euch mal so eine Season auf. Das heißt also, spielt diese Events. Denn man bekommt hier zum Beispiel durchaus auch Loot, den man eventuell aus so einer Box gebrauchen kann. Man bekommt aber auch immer so einen Exotik-Behälter, wenn man das eben spielt. Und in diesen Exotik-Behältern können alle Exotiks kommen, die frei verfügbar sind. Das heißt also, es kommen keine Raid-exklusiven Exotiks oder keine Exotiks, die es zum Beispiel nur auf legendäre Missionen gibt, wie die Big Horn. Das heißt also, die bekommt ihr nur da. Oder wie zum Beispiel die Adlerträger, die bekommt ihr nur im Raid. Aber alles andere könnt ihr wirklich aus diesen Boxen bekommen. Und deswegen macht es durchaus Sinn. Es gibt aber natürlich auch noch die anderen Sachen, wie zum Beispiel hier bei solchen Agentenverfolgungen. Und da empfehle ich euch auch sehr, diese Geschichten mitzunehmen. Das heißt also, ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Und zwar hier hat ihr da zum Beispiel die Mantis bekommen können. Das heißt also, mit Level 55 bekommt ihr die Mantis. Und deswegen, das ist eine exotische Waffe, eine exotische Sniper. Und deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall, hier diese Sachen mitzunehmen. Und hier zum Beispiel hättet ihr bei Level 80 die Harmonie. Auch das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und bei Level 90, da bekommt ihr die neue exotische Maske. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, auch die Seasons zu spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier das ein oder andere an Equipment mitzunehmen. Jetzt habe ich euch, glaube ich, alles darüber verraten, wie ihr am besten in The Division an euren Loot rankommt. Ihr müsst auch ein bisschen, ich sage mal, frustrationsresistent sein. Aber haltet durch, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe euch gezeigt, wie ich das mache. Die besten Möglichkeiten, die man hier ohne irgendwelche Trickserei eben machen kann, um ans Loot ranzukommen. Und von daher wünsche ich euch auf jeden Fall in Zukunft richtig guten Loot. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir rein in die Kommentare. Ansonsten seht ihr hier noch zwei weitere Videos zu The Division 2. Und in der Mitte, da habt ihr den Follow-Button jetzt draufklicken. Da könnt ihr mir in Zukunft folgen, völlig kostenlos. Und denkt dran, Support ist kein Mod. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in The Division 2. Euer Latan. Und dann sehen wir uns da. Aber dann看 uns seitdem sindbrote. Und dann können wir uns da überläuft. Vielen Dank.